So ihr Lieben, wir sind mal wieder in Weimar im schönen Restaurant Andreas Scholz. Heute möchten wir euch mal eins unserer Nebenzimmer zeigen und zwar das Rudolf-Steiner-Zimmer. Hier hat Rudolf Steiner in diesem Haus gearbeitet und auch gelebt, als es noch kein Hotel war. Heute ist es ein wunderschöner Raum unseres Restaurants, geeignet für bis zu 15 Personen. Wir kochen hier im schönen Weimar in unserem Restaurant Andreas Scholz eine gehobene Küche für euch und haben ausgesuchte kleine Winzer aus dem Saale-Undstritt-Gebiet und aus Sachsen. Wir freuen uns auf euch!